Ich gehe von rechts ein bisschen. Der ist tot. What the fuck? Was, was, was? Wer, wer, wo? Da oben! Oh mein Gott! Und das hier ist ultra satisfying. Oh nice, nice. Haben beide an der Straße, beide. Haben noch einen? Was geht ab, liebe Leute? Und wir kommen zurück zu einem weiteren Insurgency Sandstorm Video. In dem heutigen Video habe ich mal eine Klasse zusammengestellt, wie meiner Meinung nach richtig gut zu spielen ist. Und zwar mit der MK-18. Ich weiß, in den Insurgency Sandstorm sind normalerweise alle Waffen absolut tödlich, aber trotzdem haben die einzelnen Waffentypen trotzdem irgendwelche Feinheiten, wo die Waffe besser macht oder auch schlechter macht. Und um jetzt gar nicht lang rum zu quatschen, auf der linken Seite seht ihr auf jeden Fall, wie ich die MK-18 spiele. Könnt ihr gerne nachbauen und selber mal testen, was ihr davon haltet. Und ich babbel jetzt gar nicht. Jetzt geht's rein in die Gameplays. Um zu gewinnen, muss dein Team als erstes Punktziel erreichen oder bei Ablauf der Zeit die meisten Punkte haben. Spiele werden kurz nach ihrem Tod automatisch einzeln wiederbelebt. Das ist ja bei Schämen vorgebeten. Danke. Wir holen erstmal C unten in der Tiefgarage. Aber du musst aufpassen, die halten da die Linie. Da ist ein blauer Van auf der rechten Seite. Die werden den jetzt abcampen. Ich komme jetzt auch endlich mal. Aufpasst diese. Okay, haben uns sie! Ich geh von rechts ein bisschen. Wir nehmen sie von hin. Wo, wo? Der ist tot. Den hab ich. Bist du da? Hab noch einen. Wir müssen noch einen Stockwerk hoch. Die werden das abcampen. Sag ich ja. Vorsicht. Vorsicht im Aufzug rechts. Hinter uns. Einen hab ich. Hinter uns. Jetzt kommen sie eigentlich nur noch von B. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Auf der Treppe bei B. Hab ihn. Letzte Kugel. Letzte Kugel hat gerettet. Oh, bei A. Ist nicht tot, ist nicht tot. Nice one. Vorsicht, noch einer. Ich bin dead. Zwei Leute. Linke Seite bei A. Bist du dead bei A? Ne. Huch. Wow. Bei A geht's wieder ab oben. Digga, was steckt denn der ein? Let's go. Nice. B wird verteidigt. Hab einen. Ne, immer noch Pat. Oh, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Ja, die haben jetzt, die haben jetzt A. Vorsicht. Andere Seite bei B. Wow. Kipp doch rum. Alter. Ich hab's drücken. Ich hab's drücken. Ich hab's drücken. Ja, kommt die Treppe hoch. Den bei B hab ich. Ja, nein. Nein, ich bin leer, ich bin leer. Oh nein. What the fuck? Was, was, was? Wer, wer? Wo? Da oben. Oh mein Gott. Let's go. Ich leb noch. Was das denn für eine kranke Scheiße. Ich hab's drücken. Ich hab's drücken. Ich hab's drücken. Ich hab's drücken. Okay, ich hab's drücken. Ja, bei B ist das einer. Ja, ein paar Situationen bei mir. Einen habe ich. Oh, scheiße. Hatte der überlebt oder was? Ne, da liegt einer bei B. Im Gras. Ich komme, ich mache den weg, Alter. Erstmal den hier. Und dann den hier. Ja, leide. Du sollst leiden. Oh, Steps bei mir? Komm, lauf rein. Danke. Oh. Ey, was ist da schon wieder los? Ey, ich habe doch Neues erschossen. Warum erschießst du mich, du Zigeuner? Ich habe nur gesehen, dass einer erschossen oder geschossen hat. Ich move zu 10. So einfach geht es in den Rücken. Ich bin bei C. Pass auf, pass auf, pass auf. Yo, ich habe einen bei C. Ich habe einen bei C. Ich habe einen bei... Oh, der hat mich rechts oben bei B. Ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn. Nice, Warner. Ich habe drei Leute, das ist gerade weggeholt, ja. Spielt ihr meine Waffen? Frech, Alter. Oh, zwei links. Einen habe ich, einen habe ich. Ich halte sie gerade ein bisschen auf von C. Ja. Steps bei mir. Ach, der ist tot, Junge. Buch, schlechtes Aim. Hoppla. Schlechtes Aim, aber trotzdem tot. Oh, was geht hier ab? Oh, was geht hier ab? Ja, deine F... Wow, holy shit, was passiert hier? Okay, ich habe einen durch, dann ist es zwei. Digga, ich mache hier einen auf Jason bohren, Alter. Wir müssen jetzt was einnehmen und dann da bleiben, weil wir rennen die ganze Zeit im Kreis. Ja. Ich bin C ein, wir sind... Nein! Wer, 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 wer? Na oben. Ab ihn. Na, was? Ab C angenommen. Vorsicht auf dem Marktplatz, oben wieder im Fenster. Ich versuche, ihn mir zu holen. Hab ihn. Marktplatz ist clear. Das wäre ich, ja, ich weiß nicht. Das ist klar, wir haben ihn. Oh, der ist jetzt schweizer A und da. Da habe ich wohl schneller reagiert, Kollege. Boah, der wird... Alter, Jumpshotten, möglich. Gut, da kommt einer auf dem Marktplatz. Oben im Fenster. Ich glaube, ich habe ihn. Ich bin. Ich bin. Das ist gut, wir haben einen Alpha. Oh, der ist jetzt... Raus. Ist das? Ich move zu B grad. Wo ist denn der? Oh, oben. Oh, man. Oh, man. Nicht dein Ernst. Ich habe die Nate noch gehört und gesehen und trotzdem bin ich da reingelaufen. Nicht wirklich. Wieso kippt der kleine Sack nicht um? Ich habe ihn. Ach, Dinger, du bist so an. Der kennt da rechts... Oben im weißen Haus, der ist dead. Der ist dead. PKP oder so. Irgendem, ähm, schmeißen den Blend rein. Boah, von rechts. Äh, das bin ich. Aber ich glaube, ich habe ihn. Ich habe ihn. Oder? Nein, der lebt. Der lebt. Der lebt. Ich sehe nichts. Ich bin so hart blind. Der lebt genau vor dir. Ich habe ihn. Dinger, wie du das so aus sagst, er liegt so einen Meter auseinander, als ob keiner macht. Ich habe immer noch Putt. Team Spirit. Männer, wir schaffen das. Wird vom Feind besetzt, aber... Äh, hinter dem... Ja. Du kommst rein, wenn es da so ein weißer Wassertank da ist. Kann sein. Komm, ich probiere es. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Nice. Hey, hey, was ist dein Status? Ja, ich bin okay. Oh, nice, nice. Du musst immer hit. Alter, alter, was tue ich mit denen gerade? Kommt her. Ich muss nachladen. Hab beide, an der Straße, beide. Hab noch einen. Uhuhuhu. Links, links, leben Sie uns. Hab keinen Aim jetzt, hab keinen Aim, hab keinen Aim, hab keinen Aim. Oh, fuck. Nicht nur die Platze mit der Pizze. Nice, danke. Ich hab so kein Aim, Junge. Äh, Männer, wisst ihr eigentlich, wenn ihr die Türe nicht pushen wollt, könnt ihr auch die... die Türscharniere abknallen. Dann fällt die Türe aus den Angeln. Ja, der ist, der ist einer mit der SKS, these are awesome. Oh, wie schön sein, das bin ich. Ich bin bei C. Luke, ich guck kurz auf die Treppe. Ja, der ist irgendwo hier drin. Red? Ich hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Oben ist clear. Oh, Leute, was geht hier ab, Alter? Nein! Oben auf der scheiß weißen Treppe wieder. Hier bei A. Ich sehe ihn, ja, ich sehe ihn. Ich muss ihn nicht sehen. Ich push ihn. Nice, sehr schön. Oh, Sniper, Alter. Boat! Alter. C wird einen. Ja, Digga. Digga, ich... Oh, dieser awesome, der ist nicht... Ich weiß nicht, den Mo. Einen hab ich, oben links. Das war ein Sniper, hab ihn weg. Okay, wenn du durch die erste Türe gehst. Ich hab grad keinen A mehr, Alter. Ich hab grad irgendwie... Oh, Steffen, die hab ich's Leben gerettet. Deine Nate ist nicht drin, oder? Ja, ich hab gesehen, ja. Genau am Haus an dem Preis, ey. Wuh! Was passiert hier? Ganz kurz nachladen hier in Ruhe, bitte. Jetzt wird's versöhnlich, ja? Das war wohl nix. Bin bei B. Oh, Steps bei mir. Boah, alle bei B, Alter. Was? Die hab ich. Bei mir ist ne Nate geflogen. Oh, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Wo ist der, wo ist der? Ich seh' ihn leider nicht. Ja, bitte. Hände mir den! Der D-Verhalten hier, um unter Tüchen zu liegen, alter, in unglischen Ecken. Digga, wo ist denn der? Ah! Hab ihn, hab ihn. So, das hat sich jetzt gut angefühlt. Das hab ich gebraucht. Ich sag dir, der Typ will wieder hierher. Ich wusste es. Zieh. Das ist bei 10. Okay, eine 2-A-Kratzer. Oh, Gott, ne? Ah, ist denn da... Sitzt der wieder da oben, der Huren? Okay, jetzt hol ich dich. Du kleiner Scheißer, du hässlicher. Boah, Digga, die sind 3 bei B. Den hab ich. Ich hab noch einen. Ich hab dich nicht. Digga, was? Hab ich einen? Hey, ich hab dich nicht. Oh. Warte. Gut, ist noch einer. Oh? Ja, ich bin. Okay. Oh, fuck, die sind alle hier. Die sind alle bei A. Ja, der hat mich. Einen hab ich bei A. Hinter uns, treff nix hinter uns. Nein. Das ist nur gar nicht. Der Tegel, ne? Hab ich. Nein! Oh, Digga, ich platme. Zwei, zwei, zwei. Man, wie weit hielt denn diese Brandgranate, sagst du? Nice, sehr schön. So, liebe Leute, wir wären dann auch schon wieder am Ende von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Wenn ihr weiterhin solche Insurgency Sandstorm Videos sehen möchtet, dann schreibt es mir doch einfach in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall megamäßig auf euer Feedback freuen. Und in diesem Sinne, bleibt geschmeidig, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.